Jooo und da sind wir auch schon wieder. Teleporting for the win. Ja, hier haben wir uns gesagt, Jo. Ach, nicht schon wieder so was da. Okay. Jo. Da wir hier kein Gelände geschlitten haben, müssen wir leider hier durchjumpen. Ähm. Ist das die Gegend, die Dino meinte? Ja. Lasst uns die Suche beginnen. Ach ne, ey, bitte. Haben die jetzt hinten die, die, die Manikin da wieder abgesetzt, oder wat? So. Was? Äh, gefällt mir, äh, aktiviert. Ja, schön, jetzt bin ich hier. Ach. Ist das lästig. Klappe zu, der Monster droht. Ha, ha, ha. Okay, die haben nicht viel Dings. Läuft also. Vorwärts. Jo. Jetzt muss ich alles abzuholen, oder wat? Boom. Was ist denn hier los? Was habt ihr denn hier, alter? Hallo. Ey, da ist das zeitgeist. Kiek dir dat an. Zack. 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 Jo, ik da. Jo, hast du dir wohl so gedacht? Ach so. Nur mal so zur kleinen Erinnerung. Habt ihr nicht mitgekriegt? Bevor ich hierher gefahren bin, hab ich nochmal in dem Wohnwagen... Was? Du spielst wohl. Bleib liegen. Das war einfach. Ja. Ja, jetzt bin ich aber hier. Und jetzt? Äh, 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 alles abklappern hier. Jetzt muss ich hier so'n scheiß Diamanten finden. Okay, der, äh, den ersten, den wir natürlich gefunden hatten... Das war ja auf so'n, ich nenn's mal liebevoll Lehmklumpen. Aber wo soll der hier sein? Das dürfte nicht lange dauern. Switch. Geh doch mal da hoch. Danke. Feindliche Verstärkung. Ach, wie süß. Ich hätte so'n Hund gerne mal Trosti... äh, was heißt Hund? Sagt. Ah, hier lebt einer. Verdammt Flink. Sag mal Leute. Was ist das denn hier? Muss ich jetzt hier, wie die alle kämpfen oder was? Sag ich hier. Ach. 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 Den F gott?! Lass dich von nichts aufhalten! Dickst du mir den Rücken? Haut! Okay. Joost. ạn- poorererob cambiar... Nix, ich müsste mal hier… Ja! Äh! Gr stat Agg formulate,ishirts, man realeheer蟺? Ich finde, das교ber nicht so schlecht... Wo ist dieser ... blöde ... Da ist er auch nicht. Da ist er doch! Mensch! Ja, wo haben wir denn geparkt? Da hinten haben wir irgendwo geparkt. Jetzt ist natürlich, wir sind hier ganz nah wieder, ähm, um das Päckchen abzugeben. Das wäre natürlich irgendwie, äh, gar nicht mal so schlecht, wenn wir da jetzt mal schnell hindüsen. Automatisches Fahren. Äh, das Päckchen abgeben. Ja, komm, reisen wir direkt hin und dann reisen wir ganz schnell direkt wieder ganz runter. Dann haben wir jetzt ... Dann brauchen wir hier nicht hin und her düsen. Wir sind sowieso einmal in der Nähe. Aber ... Was mir in den vorjährigen Folgen echt aufgefallen ist, was mich so ein bisschen nervt, das ist echt ... ... ... dass man die Jagdmissionen alle nur einzeln erledigen kann. Also sprich, du musst immer wieder zurück. Ich hätte das für besser gefunden, wenn man alle annehmen könnte und ... ... ... und so hat man dieses hin und her gejumpen nicht, also ... Ach ja, mal gucken, ne? Kurze Verschnaufpause. Warten jetzt ... Jetzt sind wir wieder in Hammerhead und ... Ach so, kurze Verschnaufpause. Ich wollte grad schon sagen, kommt jetzt wieder so ein Filmchen. So, komm her, hier. Hier hast du dein ... Deine Suppe, die du nicht selber kochen kannst. Seid ihr schon fündig geworden? War viel zu einfach. Wenn Sid das wüsste. Hast wohl recht. Beim nächsten Mal sollte ich ... ... die Anforderungen vielleicht ... ... noch ein wenig höher ansetzen. Puh. Trotzdem, ihr habt mir einen Besorgungsgang erspart. Dafür sollt ihr nicht leer ausgehen. Kocht was Nettes damit. Wie gesagt, ich war vorhin ... Das hab ich, glaub ich, noch gar nichts eingebracht. Und wenn doch, dann tut's mir leid, dass ich mich wiederhole. Ich habe ... ... bei dem Wohnwagen übernächtigt. Oh, wir haben ganz schön viele gute Sachen gekriegt. Ach, hier gibt's noch weitere Aufgaben. ... Ich habe beim Wohnwagen übernächtigt. Und hab uns die EP mal aufgeladen. Deswegen ... ... nicht wundern, dass wir jetzt so wenig EP zum Aufladen haben. Klar, ist das wieder bloß ne Einkaufstour? Ja, wir sind leider nur ein Level gestiegen. Ich glaub, das wird später noch richtig hart. ... hat Saison begonnen. Ihr sollt mir ... ... was erlegen. Die Beute möchte ich für ein neues Gericht verwenden. Ich hoffe, ich überschätze euch nicht. Oh, jetzt muss ich grad mal auf der Karte gucken, wo das ist. Äh, äh, da. Ja, das ist ... ... ja, direkt in der Nähe. Ja, dann machen wir das doch. Das wollen wir jetzt so. Wenn wir einmal hier sind ... ... ein Angebot erweitern. Sowas hat er erwähnt, ja. Vielleicht lässt er uns ja probieren. Ach, waren wir da nicht schon? Der hinten ist unsere ... ... unsere Finca. Ganz allein. Komm. Och, nö. Bitte nicht. Ja. Ich glaub, ich weiß wo. Das ist ... ... und zwar in diesem ... ... schönen ... ... äh, schönen Loch aber. Dann sehe ich auch schon wieder Viecher. Ja, dann stell dich nicht in den Weg, Mensch. Ich versuch die mal zu umgehen. Da liegt was. Ja. Ich glaube, das ist ... ... das Vieh. Ach, Vögel. Wie soll ich die denn kriegen? Wie soll ich denn die Vögel kriegen? Das finde ich ja jetzt mal echt interessant. Warte! Nock verwirrt den Feind mit einem Überraschungsangriff von hinten. Danach stürzen wir uns alle auf ihn. Alles klar. Okay. Hey! Du kämpfst dir nicht ganz alleine. Sag uns, was wir tun sollen. Ja! Ja! Vereindruckend. Läuft großartig. Das nenne ich kurzen Prozess. Hallo. Danke. Danke. Soll ich dir helfen? Ich brauche keine Hilfe. Beeilen wir uns, um was spachteln zu können. Kann ich das jetzt nicht nur von oben machen? Wie jetzt hier bescheuert? Wie jetzt hier bescheuert? Das ist ja immer ne? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Ich hasse fliegende Feinde. Wie? 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 Auf welcher Seite stehst du? War keine Absicht. Wie viele solche Fliecher müssen wir denn töten? Wie? 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 Aber die sehen schon echt extrem lustig aus. Würde ich mal so behaupten wollen, ne? Ach so, jetzt versuchen wir mal hier wieder hoch zu jumpen. Ähm. Ich glaube, einige werden sich hier auch besser irgendwie anstellen. Aber, ja. Halt. Da lang. Ach komm. Was denn hier? Ja, äh. Ey du Lurch. Das war keine Kombo a la. Ich drück hier und der macht einfach einen einzelnen Move. Sag mal. Geh weg. Ich mag dich nicht mehr. Hab ich auch nie gemacht. Jemals getrun. Ja, hau bloß ab, du. Ne. Wir sollten dir Kombo machen, du. Mensch. Ne. Mensch, jedes Mal, wenn die in deiner sehen, wollen die Pause machen. Sag mal. Was stimmt mit denen nicht? So. Ne, komm her, deine Aufgabe, ja. Ihr seid heil zurück. Ja. Und was kochst du jetzt damit? Etwas, das selbst dir schmeckt. Heißt das? Ganz genau. Das musst du unbedingt bestellen. Und hier ist eure Belohnung. Kocht was damit. Jägerschnitzel wieder. Jägerschnitzel auch ein Vogel. Da läuft. Und doppeltes Steak haben wir gekriegt. Haha. Leck miolo. So. Cool. Die neue Speisekarte steht. Dank uns. Jetzt ist natürlich die Frage. Fahren wir hier wieder runter? Oder fahren wir hier oben weiter? Und das erledigen wir, wenn wir einfach mal wieder da unten sind. Ja, ich befürchte. Ich muss gerade mal gucken, wie groß eigentlich die Karte ist. Ne. So. Achso, das geht hier nur überall weiter. Dann geht das da, glaube ich, auch noch mal weiter. Ich weiß es aber nicht. Ich bin mir nicht sicher. Achso. Ja, komm. Hoffentlich kommt's gut an. Ganz bestimmt. Sieht köstlich aus. Ne, komm. Und schmeckt sogar mir. Wir machen... Ja, komm. Wir fahren jetzt da hoch. Ich glaube, das ist besser. Aaaaaah. Heh. Shit again. Ich hätte da runterfahren sollen. Egal. Ich mache jetzt hier einfach einen Break. Ihr seht ja, wenn ich wieder da oben bin, dann wisst ihr Bescheid. Also Autofahrten muss ich jetzt hier nicht unbedingt aufnehmen. Es ist zwar schöne Landschaft hier. So durchweggehende Wüste. Ja. Ich sag's mal so, ne? Wir sehen uns im nächsten Partei. Also bis dann, ne? Tschüssi.